pure nas saravanga chakrasana ist eine eine yoga übung zum aufwärmen die alle teile des körpers stärkt und gerade bei dem rückbeugen im chakrasana anstrengend wird du gehst eben drehst dich auf den händen immer weiter ich glaube ich brauche nicht viel dazu zu sagen fabian wandert einfach durch irgendwann musste die handstellung auch wechseln oder du kannst dann wenn du hinten angekommen bist wieder zurückkehren und so gehst du ins machst du einen ganzen kreis und wenn du an der ausgangsstellung zurückgekommen bist dann gehst du zur anderen hälfte und so formierst du mit dem gehen einen vollen kreis das stärkt und ist eine gute aufwärmübung für saravanga für alle teile des körpers schau mal wieder schau mal wieder schau mal wieder